Als Großmutter verhalte ich mich absolut moralisch, kam ihr in den Sinn. Darüber musste sie selbst lachen. Was denn das für ein blöder Gedanke, absolut moralisch. Wäre es denn unmoralisch, wenn sie einen Liebhaber hätte? Natürlich, Mama, hörte sie ihre Tochter Johannes sagen. In deinem Alter bist du noch zu retten? Wozu willst du denn mit 70 noch einen Liebhaber? Ja, was glaubt sie denn, dass mit 70 das Leben vorbei ist, das Liebesleben? Dass man keine erotischen Vorstellungen mehr hat? Keine Träume von Wärme und Zärtlichkeit? Man denkt doch nicht daran, wie alt man ist. Innen ist man noch jung. Das sieht nur im Außen etwas, eldlich aus. Agnes riss sich zusammen. Sie dachte spöttisch, warum habe ich heute lauter so komische Gedanken? Ich sollte besser schlafen, damit ich morgen gut aussehe. Sie zog die Beine an und fühlte sich geborgen. Mit einem liebevollen Gedanken umhüllte sie alle, die in ihrem Herzen wohnten. Sie seufzte tief und schlief ein. Am Morgen donnerte es an ihre Schlafzimmertür. Agnes, Agnes schrie es, wach auf, ich fasse es nicht, verschläft dieses Weib seinen großen Tag. Du, Babe, wach auf, es ist sieben Uhr. Es grenzt an ein Wunder, Katharina, dass du nicht mit der ganzen Tür in mein Schlafzimmer gefallen bist. Damit sprang Agnes fröhlich aus dem Bett. In zehn Minuten bin ich fertig. Du weißt, ich bin improvisieren gewohnt. Haha, diesen Spruch kenne ich. Doch allein mit Improvisieren wärst du in deinem Chaos ganz schön aufgeschmissen. Katharina nahm den Anzug, den Agnes bereitgehängt hatte, und zog mit dem Gepäck ab. Sie schrie noch im Flur, Reto wartet schon unten. Wir sind bereit. Nur die Künstlerin trödelt. Agnes hörte das nicht mehr, weil sie unter der Dusche stand und heißes und kaltes Wasser über sich laufen ließ. Ja, ja, eiskalt, eiskalt, jetzt bin ich wach.